Ich bin bei euch alle Tage. Dieses schöne Wort des Herrn ist das Thema des heurigen Jungfamilientreffens, bei dem auch ich zu euch werde sprechen dürfen. Und ich freue mich schon, euch beim Jungfamilientreffen zu sehen. Gott, Mose, die Terroristen und wir. Wie Gott unsere Ehe gerettet hat. Beim Jungfamilientreffen, Böller, möchten wir euch davon berichten. Seid dabei! Die Ehepartner und die Kinder macht das Leben hell, weit und schön. Böller, wie es geht. Wir wollen euch ganz herzlich zum Jungfamilientreffen einladen. Wie es geht. Wir hoffen, dass heuer viel mehr geht als letztes Jahr. Und wir hoffen, ihr seid auch wieder dabei. Böller, wo du bist. Also zentral, digital und regional ist möglich. Böller, weißt du, dass du brauchst. Bist du dabei, Emma? Ja, freilich bin ich dabei. Also ich komme sicher. Ich freue mich schon so auf die Kinder und auf den Willi. Maya, den Robert, die Schafe, die... Alles Gute! Ja, Papa! Alles Liebe! Bis später im Sommer! Ciao, Papa! Weil schriftest du dabei. Even mit Spra 누un, sie Malcolm auch. Wir sind xin K